Wie kann man einen Abbruch festen? Kann man einen Abbruch festen? Strukturen und Kulturen haben sich verändert, wurden zerstört. Aber ich glaube, man muss sich mit dem trösten, dass man mit dem Abbruch, mit dem Verändern die Basis schafft und die Grundlage für das Neue, das hier wird und kann entstehen. Und an dieser Stelle, an dieser Stelle dieses Haus, wird ein Neubau kommen, modern, energieeffizient, hochwertig, wegweisend, zum Beispiel auch für das Quartier, mit modernen Wohn- und Gewerbeflächen. Und ich bin sicher, er wird einen inspirierenden Aufbruch ausstrahlen für alle, die hier dann Nutzer sind, also alle, die auch hier arbeiten. Wir kommen von einem alten, bewährten Verlagsaus und möchten uns ja auch verjüngen, uns auf die digitalen Bedürfnisse, die heute hier sind, ausrichten. Und ich glaube, das soll ein bisschen als Symbol auch für den ganzen Veränderungsprozess stehen. Also eigentlich eine riesen Freude über die vielen Leute, die mit uns zusammen mal noch Abschied nehmen, über die coolen Graffiti-Künstler, die sich da bereit erklärt haben, noch mal unser Gebäude zu verschönern, bevor wir es definitiv abreissen. Bis zum nächsten Mal.